Wir sind jetzt hier in Valencia in der Fabrik von TWIN und wir stellen die neue Frühjahr-Sommer-Kollektion vor. Und hier haben wir den Big Boss, das ist die Mama von Juan, Mr. Perry. Und wir stellen hier die neuesten Kollektionsteile einmal vor. Das ist die Hochzeit-Serie in Champagner. Und die Mama wird erklären, was das ist. Mama, talk, what is the news? Bueno, yo soy Mercedes. Llevo más de 50 años trabajando en esto. Esta Kollektion ist una Kollektion muy tratada, muy experimentada, para que la gente la lleve bien, es muy cómoda, está muy estudiada. Die Kollektion besteht aus mehreren Teilen und wir haben hier noch eine hautfarbene Serie. Die wird auch neu produziert für die neue Sommer-Kollektion. Und es sind zwei Serien von RIDAL. Zwei Serien, sieh. Wir haben hier das Strumpfband auch mit dem hellblauen Teil. Und dort, die Näherin, näht jetzt die Spitze auf. Und dann haben wir noch eine Haare. Hier haben wir die farbige Serie. Und die ist auch aus verschiedenen BH-Teilen, Schlieder und Hemdchen. Das ist der große, das ist der Kapazitäts-BH. Dann haben wir hier den normalen BH, den ungefütterten. Dann haben wir hier das Hemdchen. Hemdchen auch von der Serie. Und auch noch ein kurzes Hemdchen mit dem French dazu. Und natürlich auch ein Boutier. Wieder, das ist der normale BH. Und nochmal ein Spring dazu. Das ist der Spring, auch mit der Spitze dazu. Und hier diese Beliefers-Spitze. Die kommt aus Frankreich. Das ist eine franz-französische Spitze. Und auch noch ein BH, der hier einen schmalen Steg hat. Und auch eine Spitze. Und man kann ihn als Neckholder machen. So. Und hier sieht man auch, dass man ihn abnehmen kann und als Neckholder machen kann. Und die letzte Serie wäre schwarz-pink. Sehr sexy und erotisch. Auch ein Hemdchen dazu. Auch ein Knickelje dazu. Dann wieder auch den BH dazu. Auch wieder mit den zwei Trägerchen zu machen. Und ja, aber nicht zu vergessen, zwei Brüder, die das Unternehmen machen. Juan Carlos Perri macht die ganze logistische Seite. Und Sergio ist für das Design verantwortlich und macht das Internet. Bitte, ihr könnt jetzt auch ein bisschen was sagen. Please, talk about what you make in this business. What's win? In Spanish. Yes, Spanish. Ich bin beschäftigt mit der Logistik und der Kommerzienste. Und ich hoffe, dass wir in der deutschen Markt in der Verkaufung können, dass wir die Verkaufung noch weitergehen. Der Produkt ist alles Spanisch. Alles ist hier. Und ich hoffe, dass wir gut die Qualität, die Verkaufung, die Verkaufung, die Verkaufung, die Verkaufung, die Verkaufung. Und jetzt werde ich meinen Mann sagen, und er wird uns erklären, was er macht.